. Hey! Ich glaub, wir müssen jetzt irgendwie mal die Show ansagen. Ja, starker Plan eigentlich! Wir sind die X-Dogs, Baby! Und wir sind so was von dermaßen XP-Extrem! Oh, ja, irgendwie schon! Und heute senden wir direkt vom Snowboard-Challenge in Sankt Schneesturm ganz oben auf dem Gefahrenkogel! Ist das krass, Mann! Kannst du nicht mal ein bisschen relaxter fahren, Geekster? Dieses tierische Gezappel hier bringt eine voll derbe wie Verdauung durcheinander! Mann, 10 Punkte Abzug für memmenhaftes Gejammer! Du fährst doch, oder? Kuppeln, schalten, Gas geben, bremsen, lenken! Alter, wir sind voll neben der Spur! Echt jetzt? Kuhu! Kuhu! Nach links! Nach rechts! Ja, volle Karte rechts! Auf Backe, Ahmed! Oh! Boah! Extrem abgeparkt, Alter! Äh, und was nu? Hey, brauchst du irgendwie Zahnseide, Alter? Das war ja ein extrem tragischer Gebläse-Stand, Alter! Du hast ja wirklich Pech heute! Nix da, Alter! Nix da, Alter! Ich bin heute ohne Ende unbesiegbar! Guck mal, hier! Mein Glückswunderbaum! Latschenkiefer! Das Teil lässt mich nie im... Ups! Höhh... Total obersatte Landung, Alter! Höhe Hö! Jo! Äh, Gix! Was ist los, Alter? Ach, nicht so wichtig. Hat sich schon erledigt. Ich sag's ja, du hast Pech heute. Ach, war's dumm gelaufen. Sonst nix. Wenn der alte Angeber JT Trash hier auftaucht, das wär Pech. Grüezi, ihr völlig verpenntes Federvieh. Der JT Trash, der Obergroßmeister des Snowboards, wird eure kleinen Entenärsche von der pischten Felgenotter. Alter, was ist jetzt aber krass, Pech? Cool. Mach mal nicht so ne Welle mit deinem Deo, JT. Dein Gestank macht mich stinkig. Schauen wir mal, wer stinkig ist, wenn ich den Wettkampf gewonnen hab, Alter. Bis später. Übel, von dem seinem Deo krieg ich Hunger. Komm, wir gehen mal ein bisschen Food einfahren. Du stinkst wie ein Kloster ein. Snowboarder, auf zur Stadtrappe. Hallo Ariel. Hey, Geekster, hey Slacks. Extra für dich. Ein alter Cheeseburger. Nein, danke. Ich hab schon schimmligen Tonfisch gefrühstückt. Wunderbaum, ich muss ge-ge-gewinnen. Gewinnen, Wunderbaum, für Ariel gewinnen. Wunderbaum gewinnen, gegen JT gewinnen. Gewinnen, Wunderbaum gewinnen. Wunderbaum gewinnen, gegen JT gewinnen. Jo, keulen und vor allem auch Keuleninnen. Euer Geekster. Und mein Freund Flex hier rocken heute die Snowboard Challenge. Mit meinem Glücks-Wunderbaum hier hau ich JT-Trash voll in die Tonne und Ariel fährt dann voll auf mich ab. Hey, so läuft das aber nicht, Bruder. Klar läuft das so. Wo sind eigentlich die ganzen anderen Border-Hin-Geek? Die spüren die Wunderbaum-Power des Geeksters und geben auf. Auf die Petsche! Fertig! Los! Ab geht's! Sag mal, Sex, ist das der richtige Weg? Aber sowas von. Hier geht's volle Kanne im Keller. Au! Au! Uh, Alter, du hast echt... Ach, du, halt's Maul, du! Pech heute! Alter, die sind voll auf der Überholspur. Ach, nö! Jeder, ich hab! Ich werd gewinnen, ich werd gewinnen. Wir sehen uns dann später, ihr loser Opfer. Na, ich hasse Bescheid, das zurückspult. Hey, das hast du aber volle Lotte echt cool abgespult. Hallo, Hallöchen-Geeks! Mal schalt! Du hast Pech heute! Ohne Ende! Hab ich! Gar nicht! Au! Ich werd gewinnen! Ja, ja, JT, was trotzdem lacht's. Ciao! Da kommt ja sprünglich! Hey! Hey, hey, geh weg von deinem Vieh! Wir sind die Champions, wir haben volles Brot abgeledert. Nein, 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 ich stecke in dieser blöden Bande fest. Könnt ihr mich hier vielleicht mal rauszuppeln? Ach nö, meine Latschenkiefer hatten Nadelbruch. Das Teil hat sowieso uncool abgestunken. Meine Damen und Herren, wir haben heute gleich drei erste Plätze. Was? Gleich drei? Das läuft nicht. Null Start! Jo, Jungs und Mädels, die X-Sacks sind wieder am Start. Und Flex, die alte Schnabeltasse, die bringt mir jetzt zurück. Darauf kannst du einen lassen. Na dann los. Auf die Plätze. Fertig! Was'n' das für ein Style? Ist ja schräg. Andere Zocker vor und vor, habe niemanden über diese Ab족 HD gemacht. Und ich bin gar nicht. Mein Tipp. Und tMIRE questst! Untertitelung des ZDF, 2020